Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Russland muss laut Zelensky zum Frieden gezwungen werden. In den letzten Wochen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky deutlich betont, dass Russland unter Druck gesetzt werden müsse, um einen dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen. Zelensky äußerte sich während einer Pressekonferenz und hob hervor, dass die anhaltenden Aggressionen des Nachbarlandes ein ernsthaftes Risiko für die Stabilität in Europa darstellen. Er wies darauf hin, dass diplomatische Bemühungen in der Vergangenheit oft gescheitert seien und stärkere Maßnahmen erforderlich seien, um Russland zur Kooperation zu bewegen. Zelensky stellte fest, dass die internationale Gemeinschaft eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Bedingungen spiele, die Russland dazu zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er unterstrich die Notwendigkeit, Druck auf Russland auszuüben, um die Aggressionen zu stoppen und eine friedliche Lösung herbeizuführen. Laut Zelensky sind wirtschaftliche Sanktionen und militärische Unterstützung für die Ukraine von entscheidender Bedeutung. Er betonte, dass dies nicht nur im Interesse der Ukraine liege, sondern auch für die Sicherheit Europas insgesamt wichtig sei. Die Ukraine hat in den letzten Monaten zunehmend internationale Unterstützung in Form von Militärhilfe und diplomatischer Rückendeckung erhalten. Europäische Länder und die USA haben erklärt, dass sie bereit sind, der Ukraine weiterhin zu helfen, um ihre Souveränität zu verteidigen. Zelensky äußerte sich optimistisch über die anhaltende Unterstützung und betonte, dass diese ein klares Signal an Russland sende, dass seine aggressiven Handlungen nicht unbeantwortet bleiben würden. Darüber hinaus diskutierte Zelensky die Bedeutung eines vereinten europäischen Ansatzes gegenüber Russland. Er argumentierte, dass Uneinigkeit innerhalb der EU die Verhandlungsposition der Ukraine schwächen könnte. Deshalb zielte seine Aussage darauf ab, die Mitgliedstaaten zu einer stärkeren Koordination in ihren politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen zu bewegen. Dies sei entscheidend, um den Druck auf Russland aufrecht zu erhalten und um zu verhindern, dass der Aggressor von den politischen Spannungen innerhalb der internationalen Gemeinschaft profitierte. Die Situation bleibt angespannt und die Herausforderungen für die Ukraine sind erheblich. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt Zelensky jedoch entschieden und sieht eine friedliche Lösung nur dann als möglich an, wenn Russland zu einem verantwortungsvollen Verhalten gezwungen wird. Seine Aussagen an die Weltöffentlichkeit zeigen, dass die Ukraine bereit ist, für ihren Frieden zu kämpfen und eine klare Linie gegenüber der anhaltenden Aggression zu ziehen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 25. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.